Moin, sind wir Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Raven's Cry. Im letzten Part haben wir in der Taverne aufgehört, uns ein bisschen mit diesen, ja was auch immer, netten Herren geprügelt. Ja, entspann dich mal und machen uns nun auf den Weg, dieses wunderbare Öhrchen zu verlassen. Vorher schauen wir uns noch mal kurz um, ob man irgendwas looten kann. Ich weiß nicht genau, wie das Loot-System hier so funktioniert. Hier liegt auf jeden Fall schon mal einer tot rum. Hier hinten geht's hoch, da sollen wir wohl lang. Da können wir nicht durch, hier sind nur Ratten, die wollen wir nicht looten. Und bei euch alles gut oder was? Was kann ich denn da benutzen? Achso, du musst eine höhere Punktzahl würfeln, um zu gewinnen. Nach dem ersten Wurf kannst du jeden Würfel erneut zweimal werfen. Die Rangfolge der Würfelkombination ist wie folgt. Okay, ich will das gar nicht spielen. Würfelst du erst beginn das Spiel, wenn du so weit bist. Ich will nicht. Du siehst, dass du das Spiel beenden willst. Ja, ich will jetzt hier... Weißt du, unser Kollege hängt da hinten. Oh, scheiße, ich muss die Tür festhalten, die brechen gleich durch. Und ich spiele erst mal ein bisschen Würfeln, oder was? Ich mache mich dann jetzt auf den Weg, ne? Ja, guckst du noch mal, ne? Ja, ich bin noch hier. Ich gehe dann jetzt. Ist ja gut. Alles gut bei euch? Das stört euch auch gar nicht, ne, dass wir hier am Flüchten sind. Lass mich mal hier unten lang. Ja, ich habe gefurrt. Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist zu beleid. So, wo ist denn hier der Balkon? Irgendwo soll hier ein Balkon sein, über den wir uns wohl retten können. Hallo? Habt ihr hier einen Balkon? Ne? Ich sehe hier auch keinen. Hier ist kein Balkon. Muss ja doch vorne sein. Ach, da. Das leuchtet ja auch schon so. Wenn du einen Offizier anheuerst, werden viele Abläufe auf dem Schiff effizienter. Ha, ja, ja. So viel Schiffmanagement, dass da noch dazu kommt. Flieh aus Szechuan. Ja, okay. Gucken wir mal, ne? Wie viel... Oh, okay. Hab die Grafik jetzt ein bisschen runtergestellt. Das sollte sich für YouTube nicht auswirken, weil wir nur... Ich hab nur Anti-Aliasing runtergeballert. Das bringt nicht sonderlich viel. Das Ding hat trotzdem hin und wieder mal ganz schöne Frame-Drops. Also ich bin jetzt solide über 30 und mehr. Dennoch, ne? Zum Schleichen C drücken. Übrigens auch während des Schleichens kannst du schnell laufen. Okay, wir müssen erstmal abhauen. Geil, ich stehe ja auf Schleichen, ne? Das ist ja ultra gut, ne? Bin ja Experte drin. Mal sehen, ob wir entspannt Leute von hinten erdurchen können. Fauna geht schon mal ab. Uh, da vorne ist Action. Da kommt ja richtig Blue-the-Karibik-Feeling auf hier. So, mal sehen, ob ich dich erdurchen kann. So, kann ich hier irgendwas drücken? Hook Kill. Oh, siehste mal. Blüm dann. Gib mir all dein Zeug. Stärkungstrank klein. Ach was, das braucht man doch nicht. Gibt es eigentlich sowas wie Quick-Safe? Mal sehen, F5. Oh ja, hundertprozentig. Da kommen wir ja wohl durch, ne? So, wo muss ich denn hin? Mal sehen, der da oben sollte mich so nicht sehen. Wir wandern einfach hier unten durch, würde ich sagen, wenn es geht. Entspannt durch die Natur. Hallo. Ja, oh. Hab ich jetzt gesehen, oder was? Nö. Ist ja echt scheiße gelaufen, ne? Naja, man wollte ja eigentlich nur was trinken, ne? Ein bisschen schnacken. Und dann sowas hier, ne? Komm, wir können auch schnell schleichen, ne? Deswegen schleichen wir mal schnell da entlang. Ich frage, jetzt kommen wir hier nicht hoch, ne? Wir müssen irgendwo hochkommen. Mal sehen, vielleicht geht es da vorne irgendwo hoch. Oh, da. Das leuchtet ja auch schon wieder so schön hier. Oh, 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 oh. Guckt euch das an. Wie die Steine nämlich schon vorfreudig an der Wahn anleuchten. Mal los, so. Aber langsam. Da oben scheint einer zu sein. Oh. Wo ist er denn? Zum Zielen und Schießen halte er sich links gedrückt und drücke dann linke Maus. Also zum Nachladen halte er für einige Sekunden gedrückt. Ne, ich mach einen Hookkill. Das ist besser. Guck mal, ihr sollt mich suchen und er plündert hier irgendwie. Oh, mal sehen. Wenn ihr alle beschäftigt sind, kann ich mir hier ein bisschen was einstacken. Ne, wieso? Ja, hundertprozentig. Hat ihm nicht geholfen. So. Wir müssen, ich mach mal grad die Map auf. Ähm. Wir müssen wohin? Hafen. Wir treffen uns beim Hafen, hat er gesagt. Kletterwand. Ja, das ist mir aufgefallen. Also müssen wir irgendwie... Kann ich hier durch? Sieht nicht so aus, ne? Sieht sehr steinig und so aus. Mal gucken, ich kann's ja mal versuchen. Vielleicht kommt man hier. Vielleicht kann man auch. Irgendwie da rüber springen ist nicht. Also müssen wir uns durch die Stadt durchschleichen. Und dann mal los, ne? Dann mal Toe. So, mal gucken. Da kriegen wir schon einen Hand. Wir sind hier ja oben, da seht ihr uns nicht. Du, 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 du. Siehst mich noch nicht, ne? Alles gut. Sehr schön. Ne, die sehen uns nicht. Das ist entspannt. Au, was ist denn bei dir? Habe ich Schaden gekriegt, weil ich da drei Meter runtergefallen bin? Wollte mich verarschen, oder? So, von der Fauna her, muss man sagen, sieht sie auch wirklich ganz gut aus, ne? Also optisch ist es okay. Es ist nicht mehr top aktuell. Und vor allen Dingen läuft es zumindest mit Aufnahme für die Optik doch relativ durchwachsen. So weit zumindest. Mal sehen. Aber es ist auch nicht immer so, ne? Es ist nur an einigen Stellen. Es geht. Es läuft jetzt flüssig. Also ich habe hier meine 30 Frames mit Aufnahme. Aber das ist noch okay. 60 sind aber natürlich schöner. Bis zum Hafen. Das heißt, wir müssen da entlang. Ich schleiche direkt mal vor dir lang, ne? Mal sehen, ob du das siehst. Hast du mich gerade Arschgesicht genannt? Untertitel sehe ich übrigens immer noch nicht. Ich habe nochmal geprüft. Ich wurde entdeckt. Jetzt muss ich an ein Leben... Um ein Leben laufen. Wo wirst du denn entdeckt? Mal laufen um dein Leben, ne? Der ist ja auch voll dabei, hinter uns her zu gehen, ne? Oh, kacke. Das Kampfsystem ist echt scheiße. Also das muss ich echt sagen. Du hast überhaupt kein Feedback und keine Ahnung. Du weißt auch nicht, ob du Damage kriegst. Du musst immer unten gucken. Lebe ich noch? Lebe ich noch? Lebe ich noch? Ich glaube, ich lebe noch. Das ist wirklich ganz schön scheiße. Aber mein Gott, ne? Da werden wir uns auch dran gewöhnen. Machen wir mal wieder Quick-Speichern hier. Besser ist das. So, ich muss hier irgendwie so da lang. Kann ich Hook killen? Ne. Das sieht irgendwie ziemlich zugestellt aus. Hier darf ich wohl nicht einfach so... Oh doch. Ne. Ne, hier ist Schluss. Wir müssen uns da irgendwie durchprügeln. Mal gucken. Oh oh. Oh scheiße. Man wurde entdeckt. Bäm. Oh cool. Hat nicht getroffen. Das ist ja toll. Oh lad mal nach, das Ding, ne? So. Ganz entspannt. Oh nein. Durch die Kamera hat sich der Maus-Cursor dann verändert. So. Lass uns nochmal versuchen. Ich will jetzt versuchen, einen wegzuschießen. Gibt's ja wohl nicht. Oh, nachtprozentig. So, bitte einmal nachladen. So. Oh, kacke. Haha, hältst du gerne, ne? Ja. Scheißdreck. Oh, kacke, kacke, kacke. So, jetzt. Nachladen. Noch haben wir ja Muni, ne? Einmal bitte drucken. Oh, oh, oh. Oh, der hat getroffen. Der hat getroffen. Keine Munition. Wie, keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Plündern. Ich habe keine Zeit für den. Lass mich in Ruhe. Kann ich den? Ich kann den auch nicht hauen oder sowas jetzt. Oder er lädt nach. Plündern. Nicht springen. Ist nichts mit ringen. Okay, dann müssen wir erstmal hier lang, weil... Oh, oh, kacke. Was ist das denn hier? Ja, stellt euch da mal hinter die Wand. Ne? Ich habe keinen Bock auf euch. Ich will mich verpissen. Oh, oh, man hat mich entdeckt. Man hat mich entdeckt. Hallo. Bäm, bäm, bäm. Ausweichen, ausweichen. Ich habe hier irgendein Skill, den ich nutzen kann, wenn irgendeine Leiste voll ist. Haar, hauen, hauen. Besser, du verpiss dich. Hast du gehört? Verpiss dich, Mann. Was war das denn jetzt? Irgendjemand hat auf mich geschossen. Ich weiß noch nicht, wer. Oh mein Gott, hier ist ja alles voll. Ich hau ab. Ich kann einfach zum Hafen. Ich glaube, das war auch der Plan. So, jetzt bin ich im Hafen. Und nu? What nu? Was ist das denn jetzt? Fahr jetzt ohne mich weg, oder was? Du Scheißdreck. Weiter kannst du nicht. Oh, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wie, ich kann nicht weiter. Nee, ich laufe ja noch. Alles ist noch gut. So, ich bin jetzt am Ziel. Hier sollte ich hin. Nur passiert jetzt hier nichts. Das ist ja super. Ich muss erstmal Hells regenerieren. So. Dann gucken wir mal in unser Journal oder sowas. Da wird doch irgendwo stehen, was wir machen sollen. Quests. Kapitel 1. It's a trap. Ja. Ich bin aus Tyrannus Hinterhalt im Kommen, aber Sanjon ist jetzt ein heißes Pflaster. Markus und ich wollten uns getrennt voneinander zum Hafen durchschlagen. Ich muss irgendwo zu den Docks gelangen und Markus suchen. Ja. Kann ich das irgendwie aktiv, als aktive Quest markieren? Ich glaube, das ist jetzt als aktiv markiert. Was haben wir denn? Tipps. Um den 4-Skill zu verwenden, warte, bis der Terrorbalken sich gefüllt hat und drücke dann 4. Blocken. Lockiere für dich Angriffe, indem du im richtigen Moment rechte Maustest drückst. Ah, gut zu wissen. So, jetzt machen wir mal It's a Trap hier. Okay. Habe ich wieder Munition? Nö. Also, wir müssen alles mit Nahkampf machen. Also, alles voll mit Gegnern und die stehen auf der falschen Seite. Deshalb, ich kann die ja nicht mal angreifen. Ich komme da ja nicht mal hin. Was ist das für eine Kacke? Was ist das für ein Schwachsinn? Hier, die stehen auch hinter so einer... Besser, du verpiss dich! Verdammtes Ars! Ne? Ah, ah. Ihr wollt mich verarschen, ne? Das darf nicht wahr sein. Du musst an so einen gewissen Punkt laufen, damit irgendwas passiert. Aber es scheint nicht gestorben zu sein. Du musst das wohl nochmal machen. Ich war zu langsam und das Schiff war jetzt wohl zu weit weg. Oder es hat trotzdem gezählt. Nein, es hat gezählt. Was ist denn Scheiß? Also, das war schon mal Kacke. Aber gut, wir haben es geschafft. Das lief ja gut. Und es sind Untertitel da. Ja. Wie wäre es mit einem Abstecher in die alte Heimat? Nur so lange, bis du den nächsten spanischen Offizier umlegen bist. Hey, was ist denn hier los? Ihr Hurensöhne klaut mir gerade mein Schiff. Sehe ich das richtig? Nein. Ihr klaut es nicht? Nein, alles in Ordnung. Leg dich ruhig hin und ruhig aus. Oh, na gut. Ja, nein. Markus, wir segeln nach St. Lucia. Nein. St. Lucia. Ich würde mal sagen, mit der Schaluppe können wir auch nicht kämpfen, ne? Das wird wohl eine entspannte Überfahrt werden. Das heißt, wir werden irgendwie aufgegriffen. Dann haben wir ein Problem. Markus hat es gefunden in dem Kampf. Oh, das gefunden? Du meinst, du hattest Zeit, deine Gegner zu finzen? Und ich hätte schwören können, du versuchst, einen Arsch zu retten. Mein Arsch? Du warst das, der die aus der Scheiße gehauen hat. Als ich einen von denen in der Mangel hatte, ist er ein Mantel gerissen. Mein Zettel. Da steht, sie suchen nach diesem Lancaster. Lancaster? Der Waffenhändler? Ich kenne nur den einen. Der hat überall auf den Antillen seine Finger im Spiel. Wie es scheint, ist er gerade in Bridgetheim. Ich glaube, unser Freund Tirado ist auf dem Weg zu ihm. Geil, wie die Untertitel auch nicht passen und so. Meine Fresse. Wenn du dich mit ihm anlegen liegst, dann dort. Besser als im Heidsgebiet der Spanier, wenn du verstehst, was ich meine. Naja. Ich hoffe auch zu tun auf Barbados. Meine Leute wollen sich dort treffen, aber ich sollte dabei sein. Wie mal, Rose? Ich dachte, du hast Sehnsucht nach deinen Fässern. Ich schätze, der Rum wird noch eine Weile ohne mich auskommen müssen. So ist es. Leider. Wir waren so lange unterwegs, dass ich da nicht mehr weiß, wie es sich zu Hause anfühlt. Ich meine nichts für ungut, Christopher. Du bist erwachsen. Du führst dein eigenes Leben. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja. Ne? Also, was hast du vor? Verfolgst du ihn nach Bridgetown? Muss ich ja wohl. Das Spiel hat es vorgesehen. So sicher, wie du dir von der Hafenrohr in den Tripper anfängst. Diesen Tirado mache ich fertig. Wenn du willst, kann ich dich mitnehmen nach Barbados. Das bin ich meinem Retter doch schuldig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Kehle ist ganz trocken. Gehen wir erstmal einen trinken. Du kannst dich mal mit deinen Lippen bewegen, ey. Oh, scheiße. Okay. Hier haben wir wieder Rock Solid 60 Frames, wie es jetzt gehört. Hundertprozentig. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Als Wasser sieht wirklich okay aus, ne. Das ist nice. Es ist schön, wie manchmal einfach die Charaktere ihre Lippen nicht bewegen, weil sie sich auch denken, du weißt du was. Ne, du, lass mal stacken. Boah, ne, ein bisschen Fleisch zwischen die Zähne kann man immer gebrauchen. Wo sind wir denn hier? Sieht ja ein bisschen, weiß ich nicht, dschungelmäßig aus. Aber okay, da ist auch wieder ein Raab. Ne, das war ein Papagei. Oh, gucke ich die Bäume an. Yay. Motherfuckers, yay. Ach ja, das ist oldschoolig. Zum Glück guckt man ja so selten nach oben und dreht sich. Insofern passt das. Hallo. Alles gut? War gut? Ne? Wie ein bisschen Fisch habt ihr hier? Schön, schön, schön. Was machst du hier? Ihr habt alle voll wenig Leben, ey. Einen Schlag und, ne. Na gut. Versuchen wir auch mal da in die Kneipe zu gehen. Oh, dann macht ihr mal so ein Schwertchen sauber. Moin. Sag dir doch, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Deine Entschuldigung kannst du dir sonst wohin schieben. Ich schneide dich in Stücke. Was ist hier los? Oh. Kann ich dich plündern? Oh, hundertprozentig. Danke. Ne? Ein bisschen Kleingeld habe ich eh für das Bier gebraucht. Oh, was ist das jetzt? Einfach nur noch ein... Jetzt haben wir hier einfach nur noch so einen leeren Marker da oben. Ach, schön, ne? Gucken wir mal ins Questlog. Sidequests. Barracudas Klinge. Dieser Barracuda ist ein Kotzbrocken und ich weiß nicht, ob er es verdient, so eine wunderschöne Waffe zu besitzen. Ich soll mir die also organisieren. Alles klar. Was werden wir jetzt tun? Markus und ich müssen uns überlegen, was zu tun ist. Er wartet in der Kneipe auf mich. Alles klar. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir gucken mal, was noch zu tun ist. Ist das jetzt hier die Kneipe? Ach, da bist du ja, Markus. Ich dachte, du wartest in der Kneipe. Du sollst erst mal einkehren. Ja, würde ich auch sagen, ne? Gehen wir mal rein in den guten Stub. Da vorne können wir sitzen. Ach, du Scheiße. Das gibt doch bestimmt wieder GEMA-Probleme. Nichts, wir schnell hin da. Ich muss es mir jetzt angucken. Ein Whisky in der Jar. Ja, habt ihr Spaß hier? Das ist cool. Dance die hoch ab, ey. Ja, lustig. Lass mich mal raus hier. Also Atmo kriegen sie ja hin, muss man ja echt sagen. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Das ist sehr detailverliebt, hier hängen Flaggen, die Leute sind beim Saufen. Sound-Effekt technisch, also das ist okay. Ist sogar, also im Vergleich zu Rissen 3 sogar noch eine ganze Ecke besser, weil das einfach viel detailverliebter hier ist. Hier liegt überall Zeug rum, hier sind überall Leute, es ist auch voll die Kneipe, in Rissen stehen da drei Leute drin rum und die stehen da rum und machen nix. Trinken vielleicht mal Bier. Whisky in the jar. Ne, ich will jetzt nicht Glück spielen. Aber ich habe schon von Petra, von der Gamester, habe ich schon erfahren, dass das ein guter Weg ist, schnell Geld zu machen. Quick save und Glück spielen, wenn man verloren hat, quick loaden und einfach so weiter, bis man genug Kohle hat. So kriegt man schnell und stumpf und ohne Spaß ganz viel Geld. So, was hier los? Boah, guck mal, das sieht ja, oh, gleich direkt zugreifen, ne? Hm, mit Schaumkrönchen, alles da. Boah, bekommst du richtig Lust. Ich sollte das eher abends spielen, mit so einem schönen Bierchen oder sowas, ne? So, okay, jetzt habe ich hier meinen kleinen Rundgang gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob es sich jetzt noch lohnt. Ich glaube, jetzt fangen wir das Gespräch nicht mehr an, weil wegen 16 Sekunden ist es irgendwie scheiße. Das heißt, wir quick safen jetzt hier. Kann ich denn hier speichern? Speichern. Spielschnitt überschreiben. Ne, mach mal hier Part 2, ne? Oh, ne, ich schreibe es aus. Das ist cooler. Ja, ist ja gut. Entspann dich. So, dann machen wir hier einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr Land ran, ne? Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst den Sprengedäumlein da. Kommentare und was ist denn das mit seinem Holzbein da? Oh, scheiße. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.